Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Half-Life Und zwar der Folge 7 Und mit blablabla neuer Musik und Scheißroboter Hier habe ich heute aufgehört Ja, ich habe wieder Lust gekriegt, um ein wenig weiter zu spielen Eine Stunde, mehr nicht, dann will ich essen Dennoch hat Gordon Freeman sich das auch verdient Habe ich einen Zoom? Scheiße, ich habe keinen... Oh, ich kann schreiben, geil Aber ich weiß, dass da hinten eine... Oh, verdammt, ich habe keine Raketen mehr Äh, ich denke es ja, ihr wisst schon Nutzen wir auch einfach das hier Au, au Au, nö, das mache ich mit Stil So Killt man sich selbst Scheiße, ich muss niesen Scheiße, ich muss niesen Boah, ist das nervig Mitten im Gefecht, plötzlich ein Nieser Ja, kritische Versorgung nötig Ja, mach ich mal kalt Und zwar so Scheiße Scheiße Mann, mach doch Boah Seid ihr wahnsinnig Die fixe Ja, ist... Oh Das ist auch unglaublich Pelle Ja, ist klar Ist klar Kommt tausend Granaten angeflogen Boah Meine Fresse, die sind gut Die haben mich gleich Na, hast vergessen zu werfen, ne Was kommt davon Komm, kommst Oh, die verstärken, ich muss die doch killen Wo waren sie denn hin Ach, zum Headshot-Bereich Okay Ja, wir hätten sie dann alle erledigt Ein Glück, dass wir sie erledigt haben Dann können wir jetzt weiter Und möglichst nicht auf den Schienen laufen Filzen wir mal die Leichen Und so Vielleicht finden wir doch ein schönes Leben Mein Leben wäre sehr gut für mich Können die Schranke öffnen Ach, er hätte sowieso hochgemust Schade Irgendwas habe ich gerade gehört Hm? Das waren wohl Halluzinationen in Form von Gehör Jetzt laden wir uns ein bisschen auf Und haben im Endeffekt etwas mehr als vorher Glaube ich Keine Ahnung Egal Wieso rollt's? Aber mein, ich muss bald wieder umwandeln Weil ich habe bald gar keine Festplatte Platz mehr Aber meine neue Festplatte ist ja unterwegs Zum Glück Ich freue mich 640 GB Nur zum Aufnehmen Nur für euch Ist das was? Ja, das ist was Jetzt fahren wir wieder mit dem Zug Oh ne Oh ne Ich nehme den Vorstuhl Ich habe den Taschen gekriegt Können wir bereits Sprengtaschen Oh, dann fasst du ihn Trüben den Knopf Habe ich goten Hans Goten Dings da gerade gesehen Sehen Ei, ei, ei Was zum Uuuuupsala Das geht ganz einfach Das muss ich ändern Moment Zu laut Ist das was besser? Dauert echt lange Dauert echt lange Also ich finde es super Also ich finde es super Super Wir haben es geschafft Oben müsste jetzt alles frei sein Och, meine Mekdom wird immer leerer, ey Ich soll mal Auf Alternativen Auf Converse Dings da, ihr wisst schon Und warte noch Ui Kann man da hinten rauf? Energie jetzt auf Zehn Prozent Aaaaaaah Uupsala Och, ich zähle am Ende höchstpersönlich mal die Tode Aaaaaaah Ich werde ich die Statistiken mal erfüllen Nehmt euch eine Excel-Appelle Und ihr wisst ja, wer das Excel ist Microsoft Office Oder einfach das Keine Ahnung Office-Programm Und dann einfach mal Sturztode mit dazu zählen Mit zu den Toden, ey Also Tod und dann davon ein Sturz-Shane, ey Würde mich mal echt interessieren Das mach ich glaub ich mal Ich hab ganz genau gewusst, dass er ein Niner war Siehste? Ich lass mich nicht verarschen Hm Komm ich jetzt hoch? Ach Ja, okay Super Das hast du gut gemacht Nochmal 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 Das Laden dauert echt lange Das Aufladen dauert ziemlich lange So Elektrospannung Oh, wir haben Magnum-Muni gekriegt Die sollten wir aufsparen Wollen wir mal sehen was hier noch so ist Kann man durch Wir sind unterwegs zum Raketenabschuss-Basis Für die, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben Hier sind die Backweaser immer noch High Voltage Hochspannung Und wir sind unterwegs zu einer Raketen-Plattform oder Abschuss-Basis Wir sollen einen Satelliten in die Luft jagen Also in den Weltraum Schießen Und das machen wir mal auch ganz schnell Die Voraussetzung ist Die Voraussetzung ist Wir bleiben noch am Leben Oh Wir haben die Kurve geschnitten Oh Scheiße Scheiße Oh Sauber Das hätte ich eh nicht mehr überlebt Glaubt mir Die nächsten Punkte brauche ich nämlich das Leben Ich glaube ich war gerade im Ruß Ich soll nämlich ducken Scheiße Ich kann auch zu Fuß weiter gehen wenn ihr wollt Das mache ich auch gleich Also Das ist Wahnsinn Das Muni Mitnehmen Was haben wir hier? Scheiße die wandern da und das sind Türme Hier Hier längs Oh krass Wo geht's hier überhaupt längs? Was ist das? Bin ich hierher gekommen? Oder soll ich hier hin? Das ist kaputt Aua Wahrscheinlich soll ich irgendwie hier hin? Ich denke mal Ich denke mal ich soll da irgendwie hin und eine Kurve machen oder so Ich denke mal Bevor ich irgendwie durch die Todeszone hier längs fliege Ich will nicht verpassen Oh scheiße Schnell durch Schnell durch Ich weiß nicht Ich weiß nicht würde mein Zug runter fliegen oder Macht er das? Scheiße Ich mach mal hin So Nö Hey Leute Mach schon sehr schön Dann machen wir mal folgendes Wir gehen hier die Leiter runter Machen wir den Trick den wir vorher auch gemacht haben Hui Scheiße Also irgendwie hat das ganz schön gedrummst da unten Joa die Mine war da vorher nicht Scheiße Auslöser Boah das war knapp Was ist das denn für ne Hand? Wo kommt ihr denn her? Oh die hat mich gesehen Geil Ach ich spann mal nicht bei denen Na kommt der mich nicht holen Na kommt der mich nicht holen Boah Das kann ich mich auch killen